vielen dank für den support unter der letzten folge von kirby da war echt schön kommentare auch zu lesen die leute so auch lustig feeling und so und das war echt cool und danke für das feedback da und 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 da wirklich ein dickes danke ich würde mich natürlich auch wieder über feedback und so weiter freuen das motiviert natürlich sehr und ja hier sind wir schien ihr leben bei der welt und ich werde jetzt mal noch eine folge machen wo wir level 2 spielen werden also welt 2 vielleicht erwartet uns ja noch ein noch grimmigara boss als der böse böse ihr wisst schon baumboss ne in der letzten folge haben in dem baumboss getötet jeder weiß bäume gehören getötet okay dass das meist nur kein zuschauer hören die ja bäume liebt dann rastet der aus nein ich mag bäume persönlich die haben mir noch nichts getan im leben bisher eigentlich immer sehr nett gewesen so ein baum mit manchmal ein bisschen die labern manchmal sehr viel so um heißen brei aber an sich sonst auf jeden fall sehr nice so ein baum tschüss stern was woher soll ich denn wissen dass diese explosion von der rakete da 100 kilometer reichweite hat kann ich nicht riechen nur mal so aber viele haben das auch gesagt das spiel es ist einfach mein leben beschrieben ich habe seinen schirm ok das hatte ich jetzt nicht auf dem schirm alle auch im junge kann das sein dass ich jetzt hier am sterben bin ja was ist das denn kommt da rein das ist das ende ne easy wenn einer das ende kann dann ich gut deutsch nicht level 1 abgeschlossen mir gefällt der name ice cream island was hast denn wieder mini spiel und das mal press the buttons to make kirbys maus open try to eat eggs but not bombs das war den glisch ok ich soll eier essen aber nein ich will die bombe nicht aber die eier die nehme ich au ah oh nein habe ich doch eine bombe gegessen so schnell habe ich nicht reagiert toll ne alles versaut wir hätten einen highscore knacken können ja im eier essen so viel eier essen sonst ich im leben aber körbe ist alles ne wie sagt anti veganer spiel gar nicht geil hier immer nur spaß muss man dazu sagen manche verstehen keinen spaß was eigentlich sehr schade ist so stern wohin geht es jetzt noch super mario oder so lustig cross over körbe in der super mario welt ja ja irgendwann muss ich dann noch mal nicht körbe ich irgendwann mal hab irgendwann muss ich dann hier noch super mario boss irgendein teil mal wieder spielen oh nein aber ich habe mir selber wehgetan ja nein 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 ich wollte gerade wieder bleib hier au au stirbreifen so easy man aber ich stelle mich immer an ha der böse reifen ist besiegt wir essen ihn auf ich behalte das mal ne alter easy das haben wir aufgesammelt ich habe keine ahnung da ist ein puberaufen das sieht aus wie so kleine puberaufen so oh lol ich habe den spell immer noch wie cool ist das denn moment wir holen uns da auch noch mal das wasser denn das war ey nein 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 oh danke ja der reifen ist cool aua aua ich will gar nicht ich will durch die tür aber der reifen ist cool muss man darauf achten dass wenn die 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 türen um herum um sich herum so sterne haben dass ich dann aus dem level komme aber erstmal spielen wieder kran bonus leben das ist so stumpf man ich finde das super keine ahnung kann ja jeder sehen wie er will aber ich finde das super ja 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 dann haben wir safe oder easy wenn einer dicke kürbis 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 fangen kann dann ja ich und easy sollten wir haben hoffe ich mach hin dem mann ne ne ah ah oh der guckt voll ich hör mich so nein bitte nicht ich will nicht ich will nicht nein tot bonus ja es gibt wieder zwei ups für jeden also für wir leben ne also so richtig game over waren wir glaube ich noch gar nicht ne wenn ich mich nicht irre wenn ich mich nicht irre da guckt der Oh, ich dachte, das ist Wasser, wo ich rein kann. Ich geh mal direkt durch die erste Tür. Einfach mal gucken, was hier so abgeht. Ach lol, ich hab ja noch diesen Spell. Hab ich voll vergessen. Na? Ey, ich bin zu doof. Ich bin echt zu doof. Hm. Da oben komme ich auf jeden Fall nicht an. Na gut, ich muss dich leider zurücklassen, denn ich bin dumm. Kommen die Leute wieder? Ach gut. Brauche nämlich dein Schwert. Denn sonst wird das hier nichts mehr. Und wir müssen auch oben hin. Na? 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 Okay, ich komme da nicht an. Alles umsonst. Ach, das ist doch echt ätzend. Aber kann ich den da oben essen? Sorry, ich muss das ausprobieren. Es geht um meine Ehre. Ja, Ehre. Wo ist der hin? Hallo? Wo ist der hingeflogen? Das ist Mobbing. So, bist du wieder da? Nein. Fuß ab. Ich will keiner haben. Komm her, komm her, komm her. Na, na. Nein. Komm, in meinen Mund. Ich dachte, du kriegst da irgendeine Fähigkeit. Ich bin richtig enttäuscht. Ich habe meinen Reifen zurückgelassen. Auf der Hoffnung, diese Kacke da machen zu können. Und dann kann ich es nicht. Das macht mich jetzt echt ein bisschen traurig. Jedem aber, ne? Interessiert euch ja nicht, ne? Ihr habt gar kein Mitleid mit mir. Das ist ja nur ich, der hier Retro-Spiel spielt. Aber das Feeling ist echt krass. So ein Retro-Spiel mal wieder zu spielen. Finde ich persönlich zumindest. Seht ja jeder an. Anders. Bin froh, dass keiner geschrieben hat, was für eine Kacke Grafik das doch ist. Nein. Ich will. Bleibst du hier. Danke. Weil wollte ich nur das da anhauen. Geh da hoch jetzt. Kirby will nicht. Kirby hat keine Lust. Oh. Ein Ahab. Leute. Hast du dich erledigt mit dem Up? Ne? War natürlich gewollt. Wollte ich halt zeigen, dass da unten nichts ist. Au. Klopp. Mann, jetzt habe ich Probleme. Jetzt habe ich ein Problem. Komm her. Ich meine... Loll, ich habe seinen Kopf abgegessen. Oh, Loll. Richtig, richtig brutales Spiel. Ich habe seinen Kopf eingesaugt. Oh ja, genau. Ich kämpfe gegen irgendein Schwert, Mann. Und habe nicht mal... Oh. Au. Au. Ich komme hier nicht weg. Ich sterbe gerade. Danke dafür. So. Jetzt muss ich Tryhahn. So. Moment. Mit der Ruhe. Warm, Alter. So. Komm in meinen Muld. Ach Mann. Du kommst in meinen Muld. Warm. Okay, hat nichts gebracht. Ich habe Angst vor dem Typen da oben. So. Bam. So, den... Ich muss hier alle umbringen. Oh Mann. Oh. Geschafft. Das mit einem Leben. Ich sage doch, ich habe getwyhardet. So, da unten ist Leben, das ich brauche. Das sind aber Fische, die das bewachen. Wenn ich runtergehe, werde ich sterben. Aber... Lol. Ich dachte, in meinem Hören, dass ich die einsaugen kann. Aber vergessen, dass ich unter Wasser bin. Und saugen unter Wasser geht schlecht. Ne, meine Damen. Okay, sorry. Ja. Auf die vier. Immerhin. Was ist Level 3, ne? Dann sind wir gleich schon wieder beim Boss. Wenn alles klappt. Hier hoch. So, Nummer vier müssen wir erstmal da rein. Da gibt es wieder Gratis-Stuff. Was können wir denn essen? Entweder Fire oder Laser. Alter. Ich bin ein Roboter. Kirby Roboter. Die Musik ist super. Dieser Laser ist so stumpf irgendwie. So, du musst leider sterben. Wie habe ich das jetzt gemacht? Ja, aber es hat ein Leben. Oh, das war knapp. Und rein da. Wir haben den Leben, ja? Wir haben den Leben. Genau. Still survive hier. Du hast hier kein Feuer. Oh, die Tomate. Moment, da könnte ich rein. Aber es bringt mir nichts, weil ich volles Leben habe. Deswegen bringt mir das nichts. So als Info an euch, ne? Bringt mir nichts. Halt in Richtung. Dreh dich doch um. Du bist so doof, ne? Du bist so... Du bist manchmal echt doof, Kirby, ne? Ne? Das liegt nicht an mir und die Steuerung. Nein, der ist einfach... Was ist denn da? Eisfeuer oder was? Feier. Sah aber eher aus wie Eis. Oh nein. Gib mir... Der böse Wecker, ne? Den mag keiner, ey. Das ist für all die Leute, die aufstehen müssen morgens. Du Schwein. So. Ich habe dich zur Rechenschaft gezogen. Ne? Für all die... War nur für euch Leute. Für alle, die morgens aufstehen müssen. Kappa. Ich muss auch mal mit diesem Kappa. Aber das ist in mir drinne. So dumm es klingt. Ich muss irgendwie nicht abstellen, auch wenn man es möchte. Ja, das war's. Toll. Sehr intelligent von mir. Moment, wir nehmen mal das hier. Was ist das für das? Ach, das ist auch Laser. Okay. Ach, Mann. Diese Kanone. Akronone. Was? Ach, da unten ist eine Tür. Naja. Ich habe es gar nicht gesehen. Richtig sneaky. Komm in, mein Mull. Ah. Geht doch. Das habe ich jetzt echt gebraucht. Jetzt bin ich wieder kurz im Sterben. Wir sind gleich beim nächsten Boss-Lobble. Bin gespannt, welcher Boss gleich kommt. Ne? Was? Was an Natur müssen wir wieder töten? Was hasst Kirby diesmal, hä? Hm? Wahrscheinlich müssen wir da irgendwie so einen Typen mit keine Ahnung Leute mit Plakaten, wo draufsteht Fleisch essen ist böse. Und dann muss Kirby die umklatschen. Denn dieses Spiel ist pure Bosheit. Ja? Da steht dann auf den Schülern drauf, ihr seid alle nur zu ignorant, um euch zu informieren. Sorry. Was ist das? Schauen wir mal rein. Arena! Na? Ähm. Ja, stirb. Oh Leute, wir haben echt gekillt. Tomate! Easy going. Stirb! War es das? Ich dachte zwei. Ich habe doch gelesen, zwei Fighter. Hä, bin ich doof? No, wie easy wir die wegkriegen. Kommt doch, dann musste doch noch einer kommen. Die Menschen, der Hintergrund jubeln, die Pixel sieht lustig aus. Keine Ahnung, bin ich zu doof dafür. Was? Level 5? War das letztes Mal schon das Boss-Level? Fragen über Fragen. Das Spiel kommt gar nicht damit klar mit den ganzen Pixeln, ey. Voll unglaublich. Ich komme hier nicht raus. Oh doch. Ich dachte schon, ich habe mir jetzt selber... Ey. Diese ganzen Kanonen, ey. Und rüber. Huh. Huh. Das ist bitte kein Boss oder so. Ach, nur Reifen. Keine Panik. Den esse ich aber auf. Was kriege ich? Was? Hardjump? Was bringt mir das? Mann! Die töten mich ja in der Wand. So, den essen wir auch auf. Am Ende komme ich gar nicht an. Egal, egal. Ich muss jetzt aufpassen. So sagte er und ist wieder am sterben. Ich bin mitten auf diesem... Was war das? Ein Vogel oder so? Aber ich bin natürlich voll raufgesprungen. So. Dieses Mal habe ich gewartet, Mann. Und du musst auch sterben. Ja, nein, nein, nein. Ich will dich aufessen. Ich brauche dein Schwert. Ich finde den Schwert-Skill eigentlich immer am coolsten. Ach, Junge. So, mach das nochmal. Oder macht er halt nicht. Das kann nicht sein. Bleib hier. Wie mache ich das immer? Ich bin so doof. Ey, ich esse dich trotzdem auf, ne? Mir egal. Böser Fallschirm. Mary Poppins. Alter, wie hieß sie so? Moment. Ich glaube, ich brauche den hier. Alter. Hey, die Unendlichkeit. Wie schaffe ich das immer? Ich tötte mich selbst, weil ich dumm bin. Was ist das Problem an dem Spiel? Die haben das für... Ne? Nicht so dumme Leute wie mich gemacht. Die hätten das für noch dümmeren machen müssen. Alter. Bist du Bombe, ne? Geh da jetzt rein. Danke. Na, die Tomate brauche ich leider gar nicht. Und den Apfel auch nicht. Echt zu viel bei dem Spiel, ne? So. Rein da, den Lex. Ey, warum spiele ich nicht mehr hoch? Ich war schon einmal auf A1, ja? Ich bin einfach zu... 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 Voreilig. Boss. Jetzt kommt der Boss. Was ist das? Rob Star Station. To another stage? Ja, ne. Ich will ja hier bleiben. Gut. Dann werde ich sagen. Bosskampf. Gegen den bösen... Rollschuh fahrenden... Künstler? Wir hassen kreative Menschen. Mit Rollschuhen. Denkst du bist was besonderes, ne? Bist du aber nicht. Böser... Rollschuh... Rollstuhl. Genau. Das simulisiert Rollstuhlfahrer, die einfach nur ihre Kunst ausleben wollen. Und das Spiel hasst Rollstuhlfahrer, die künstlerisch sich betätigen. Und das will das Spiel uns vermitteln. Ich hab's durchschaut. Ich find gut, dass ich aber so viel Schaden kriege. Das darfst du euch keinen zeigen hier eigentlich, ne? Wir machen mal jetzt... Leute, wir machen jetzt die richtig üble Taktik. Richtig Tryhard, ne? Wir gehen ins Museum. Und ich hol mir den Laser. Und jetzt... Jetzt hat er gleich... Jetzt hat er gleich Probleme, Alter. Jetzt kriegt der Rollschuh... Rollschuhstuhlfahrer Probleme. Den recken wir jetzt. So. Bist du bereit zu sterben? Denn keiner mag dich. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Piu, 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 piu. Nein, 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 nein. Gib mir das wieder. Das ist meins. Ja, das ist richtig easy, ihn so zu kehren, ne? Och, der ist doch... Das ist doch nicht... Das ist doch... Der hackt. Nein, mein Stern. Lol. Ja, ist klar. Ich komm nicht mehr. Ich bin zu doof für den Kampf hier, ne? Nur mal so als... Genau, ich wäre jetzt auch noch reingesprungen. Bitte töte mich. Ich bin echt zu schlecht für Kirby, Mann. Das kann doch nicht wahr sein. So. So, 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 jetzt gibt's Stress, Mann. Gib mir das Auto... ins Face. Warum gehst du mal dann runter? Du bist doch doof. So. Ja, okay. Gib mir nochmal einen Ball hier. Das muss ich hier schnell hin. Okay. Puh. Leute, ich hab's raus. Ich weiß jetzt die Taktik. Gar nichts. Ist eigentlich ganz easy. Oder auch nicht. Da ist eine Wolke, Mann. Für das Auto. Und stirb. Okay. Diesmal kriegen wir das hin. Ich schwöre. Außer wir machen jetzt solche Aktionen. Sehr clever von mir. Hörst du wohl auf hier. Ja. Halt doch gesagt, Mann. Wobei ist das Problem? Richtig... Richtig easy. Ne? Ne? Level 3. Butter building. Okay, Mann, komm hoch. Mann. Oh, Bombe. Okay. Ich würde sagen... Ich höre gerade aus der Regie. Wir müssen hier aufhören. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es wieder eine geben sollte. Danke fürs Zusöhnen. Und ja, gerne Feedback oder so. Keine Ahnung. Das Ende ist abgeschnitten. Ich wollte sagen, ich hoffe, es hat euch nur gefallen. Mann. Mann. Mann, Mann. Mann.